Hallo und herzlich willkommen bei technophil.de. Ich habe hier für euch das Honor Holley. Das ist ein preislich sehr attraktives Gerät, das womöglich dem Vico Rainbow, das schon seit fast einem Jahr so der ungekrönte Preis-Leistungskönig bei technophil.de ist, den rangstreitig machen könnte. Warum vergleiche ich das mit dem Rainbow ganz klar? Die Ausstattung ist fast identisch. Wir haben ein 5-Zoll-Gerät mit HD-Display hier, also 720 x 1280 Punkte auf dem Display. Wir haben eine Quad-Core-CPU von Mediatek, den MT6582. Wir haben 8 und 2 Megapixel-Kameras, zwei SIM-Karten-Slots, ein Gigabyte RAM. Bis dahin alle Ausstattungsmerkmale identisch mit dem Vico Rainbow. Allerdings gibt es einen großen Unterschied. Wir haben hier 16 Gigabyte Flash-Speicher verbaut, wo hingegen beim Vico Rainbow nur 4 Gigabyte drin war. Wir haben also eine relativ solide Grundausstattung. Attraktiv das Ganze dann durch den sehr günstigen Preis. Während das Vico Rainbow mit so knapp 140 Euro seit längerer Zeit jetzt mit das günstigste Gerät mit einer solchen Ausstattungsvielfalt ist, kommt das Holley hier für ganze 120 Euro oder 199,99 Euro auf den Markt. Ist auch jetzt aktuell verfügbar. Und das ist, denke ich, mal ein sehr, sehr spannendes Angebot. Und wenn es sich nicht irgendwelche Schwächen leistet, kann es damit dem Vico Rainbow dann doch ganz schön den Rang ablaufen. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal näher an. Hier haben wir die Honor-typisch türkise Verpackung vor uns liegen. Schön fein säuberlich versiegelt. I'm secure steht hier drauf. Und dann machen wir das doch mal auf. Das Siegel weist darauf hin, dass man den Inhalt genauestens prüfen sollte, falls dieses Siegel beschädigt ist. Was hier in dem Fall nicht der Fall ist. Da kommt das Gerät zum Vorschein. Ich habe hier übrigens die schwarz-weiße Variante, die auch so als black and white verkauft wird. Holen wir doch direkt mal das Gerät aus seiner Plastikhülle hier raus. Da haben wir zunächst einmal eine Hochglanz-Rückseite. Da will ich mich noch mal erkundigen, ob das schwarze Modell auch hochglänzend ist. Sollten wir vielleicht auch meine Hands-on vom MWC noch mal genauer anschauen. Und die Vorderseite dann recht klassisch gestaltet mit der Zurück-Taste hier auf der linken Seite. Eine Menü-Taste auf der rechten Seite, unten den Home-Button, oben Lautsprecher-Grill und die Kamera. 2 Megapixel-Frontkamera hatte ich ja vorher schon erwähnt. Auf der Rückseite haben wir die 8 Megapixel-Kamera durch einen LED-Blitz unterstützt. Oben den 3,5 mm Klinkenanschluss für Headset bzw. Kopfhörer. Auf der rechten Seite dann die Bedienelemente vereinigt, die ohne Spiel da drin sitzen. Das wirkt schon mal recht ordentlich verarbeitet. Ansonsten aber hier auch hochglanzverkromte Knöpfe, so ein bisschen der eher der Blink-Blink-Stil. Und auch um das Display rumläuft eine hochglänzende schwarze Leiste und die Front ist halt komplett schwarz gehalten. Bei der schwarzen Variante ist dann auf jeden Fall diese Rückschale hier in schwarz, sodass wir dann ein komplett schwarzes Gerät halt haben. Schauen wir mal, bevor wir das Gerät in Betrieb nehmen, noch mal kurz, was sonst noch in der Packung drin ist. Hier nochmal eine Pappbox. Da kommt dann eine Garantiekarte, der Quickstart Guide zustande und was ganz interessant ist, hier steht Honor 3C Light oder 3C Light. Das ist also offensichtlich dann der Name auf dem internationalen Markt von diesem Gerät. Dann haben wir hier den Akku, 2000 mAh soll der haben, auch identisch mit dem mit der Ausstattung des Vico Rainbow übrigens. Allerdings der Akku hier in einem ganz anderen Format gemacht, so ein schmal langes Teil eher. Den kann man dann gleich mal auch einsetzen. Dann haben wir hier natürlich den üblichen Ladeadapter, ein ganz klein bisschen umfänglicher, dicklicher als wir das sonst so bei den meisten Geräten haben. Aber immerhin schöner Matterkunststoff. Schade, dass wir das beim Handy nicht auch so gemacht haben. Mal kurz nachgucken, was haben wir hier für eine Leistung drauf? Ein Ampere. Entschuldigung, ein Ampere. Also so das übliche Maß, was ja letztendlich auch so ein bisschen angibt, wie schnell das Gerät geladen werden kann. Dann haben wir hier noch ein USB-Kabel drin. Ein Headset ist, wie das bei den preiswerteren Geräten heutzutage doch häufiger der Fall ist, nicht mit dabei. Kleiner Vorteil für das Vico Rainbow hier, da ist ja ein, wenn auch sehr einfaches Headset mit dabei. Schauen wir noch kurz ins Innere des Geräts rein. Irgendwo hier rundherum befindet sich meistens so ein kleiner Eingriff, wo man das dann aufpeddeln kann. Hier bei dem Gerät nicht. Ähnlich wie wir das bei dem Vico Ridge neulich auch gehabt haben. Dann müssen wir wohl offensichtlich die USB-Boxe dafür missbrauchen. Aber eigentlich ja auch ganz okay. Hat man nicht unnötig viele Ecken und Kanten sozusagen an dem Gerät. So, dann haben wir hier zum einen die beiden SIM-Karten-Slots, wobei bei dem einen WCDMA, das ist das, ja die internationale Bezeichnung oder die in USA eher gebräuchliche Bezeichnung für UMTS, also für 3G-Telefonie und Internetverbindung vor allen Dingen und GSM. Der rechte Slot kann offensichtlich kein UMTS, nur GSM. Das ist bei Huawei öfters so anzutreffen. Keine Ahnung, warum die das immer wieder so machen. Bei den meisten anderen Dual-SIM-Geräteherstellern kann man das ja einfach umschalten. Das kann schon mal vielleicht ein bisschen nachteilig sein, wenn man jetzt mit beiden Handys, mit beiden SIM-Karten wechselweise ins Internet rein will oder auch mal die teilweise sehr verbesserte Empfangssituation einfach über UMTS nutzen möchte. Dann noch mal hier noch den MicroSD-Speicherkarten-Slot offiziell bis 32 GB. Wie üblich dürften da aber auch entsprechend formatierte, also FAT32 formatierte größere Karten. 64 und 128 GB sind ja zurzeit da noch gebräuchlich. Es ist ja gerade eben die 200 GB Karte von SanDisk vorgestellt worden. Aber ich glaube kaum, dass in so einem Gerät eine derart große und dementsprechend teure Speicherkarte jemals eingesetzt werden wird. Da wird die Speicherkarte wahrscheinlich teurer sein als das Handy. Würde nicht wahnsinnig viel Sinn ergeben. Legen wir noch schnell SIM-Karten ein und nehmen das Gerät dann das erste Mal in Betrieb. Ich bin jetzt nach drinnen gewechselt, damit wir nicht so viele Reflexionen auf dem Display haben, wie das eben beim ersten Auspacken ja schon gut zu sehen war. Da war das noch nicht so wild, denke ich mal. Also zwei Micro-SIM-Karten in die entsprechenden Slots rein. Hier könnte noch eine MicroSD-Speicherkarte rein. Das lasse ich jetzt erstmal noch sein. Akku eingelegt. Die übliche Zudrückorgie überall mal schön drüber drücken und zu schauen, dass auch wirklich alle Näschen hier rundherum einrasten. Das ist aber nicht so schwierig wie bei vielen anderen Geräten. Und dann würde ich sagen, legen wir doch mal los, schalten wir das Gerät direkt ein. Da tut sich was. Honor-Schriftzug zu sehen. Android 4.4 haben wir hier übrigens drauf. Auch das wiederum mittlerweile identisch mit dem Vico Rainbow, das ja in der Zwischenzeit aktualisiert wurde auf 4.4. Nach einer gefügten halben Ewigkeit sind wir jetzt endlich bei der PIN-Eingabe angelangt, die ich natürlich ohne euch gemacht habe. Das ist jetzt schon hier von der zweiten SIM-Karte die Eingabe. Und jetzt kommen wir hier an die Spracheinstellungen. Netterweise ist jetzt, nachdem ich die SIMs aktiviert habe, schon Deutsch voreingestellt. Da hat offensichtlich das Gerät festgestellt, dass ich mit einer deutschen SIM-Karte bzw. in Deutschland hier unterwegs bin. Die WLAN-Einstellungen machen wir später mal in Ruhe. GPS-Einstellungen, das sind so die typischen Google-Fragen jetzt am Anfang. Dann könnte ich jetzt die SIM-Karten. Einstellungen noch ändern. Datenverbindungen, die können wir ruhig auf der ersten drauf lassen. Da kommen schon die entsprechenden SMS eingetrudelt, wo der Operator mir jetzt die entsprechende Konfiguration anbieten will. Ja, da sind wir jetzt auch schon auf dem Homescreen. Also minimalistische Einrichtungsprozedur, nur die absoluten Google-typischen Fragen. Ich bin noch nicht mehr gefragt worden, ob ich ein Google-Konto einrichten will. Das werde ich auf jeden Fall dann auch später machen. Hier, wie eben erwähnt, sind wir jetzt auf dem Emotion UI drauf, das halt keinen App-Draw besitzt. Ihr seht das hier unten, haben wir zwar vier Symbole für bestimmte Apps, also die SMS, hier den Browser, Kontakte und Telefon, aber halt nicht dieses übliche Symbol für den App-Draw. Alle Apps müssen hier auf den Homescreens irgendwie angeordnet werden. Das greift im Moment so ein bisschen um sich. Selbst Viko macht das ja mittlerweile, die in der Vergangenheit eigentlich Android immer relativ unangetastet gelassen haben. Ich persönlich mag es gar nicht, aber es soll angeblich Anfänger- oder Einsteigerfreundlicher sein, da es anscheinend bei Einsteigern doch durchaus mal Probleme gegeben hat zu unterscheiden. Wenn ich vom Homescreen etwas weglösche, lösche ich halt nur das Symbol weg. Wenn ich es aus dem App-Draw weglösche, dann wird es deinstalliert. Ja, gut. Das ist ein sehr umstrittenes Thema hier gerade hier auf Technophil. Ihr kennt das vielleicht in der Diskussion zu den Viko, neuen Viko-Modellen auf dem MWC. Will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Man kann sich relativ simpel einfach einen anderen Launcher installieren oder wenn man mit dem Launcher ansonsten zufrieden ist, einen eigenen App-Draw, den man dann als Symbol einbinden kann. Und dann ist das eigentlich auch schon erledigt. Schauen wir mal ganz kurz in die Einstellungen rein. Haben wir hier als eigenes Symbol vorne drauf liegen, wobei ich vielleicht das mal über die Quick-Settings lieber machen möchte. Das sieht alles sehr üblich aus. Hier sind die Benachrichtigungen. Mit zwei Fingern runtergewischt haben wir halt wie üblich die Schnelleinstellungen oder Quick-Settings. Meine Güte, kommen da viele SMS. Das ist ja nervig. Gucken wir mal in die Einstellungen rein. Auch die sehen sehr Android-typisch aus. Ein bisschen mehr Farbe in die Symbole reingebracht, so wie wir das bei den Mediatek-Geräten in der letzten Zeit sehr häufig haben. Das war es eigentlich auch schon. Also wir haben hier offensichtlich nicht die volle Emotion-UI-Ausstattung sozusagen, sondern eher die abgeschwächte Version. Das dürfte dann Emotion-UI-Light sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gucken wir doch mal direkt in die Infos über das Telefon rein. Android-Version 4.4.2, wie auf diesen älteren Mediatek-Prozessoren üblich. 4.4.4, leider noch nicht gesehen. Lollipop erst recht noch nicht. Und zu Emotion-UI steht hier gar nichts konkret. Gucken wir nochmal rein, ob hier bei der Geräte-Info irgendwas drin steht. Nö, die CPU nochmal. Gigabyte RAM, 16 Gigabyte Speicher, HD-Bildschirmauflösung. Das kennen wir ja mittlerweile alles. Was mich persönlich noch gerade interessiert, hier unten die Tasten. Sind die beleuchtet? Ich glaube ganz, ganz schwach. Ja, ganz schwach sind sie beleuchtet. Okay. Gucken wir mal kurz rein, was es in den Einstellungen an Besonderheiten gibt. Natürlich die SIM-Verwaltung. Mediatek typisch gehalten hier. Eigenartigerweise werden hier meine beiden SIM-Karten beide mit nur einem Zahlencode angegeben. Das ist ein bisschen irritierend. Meistens wird dafür eigentlich der Netzname übernommen. Mal schauen, ob das später nach einem Neustart dann wieder anders aussieht. Kleine Abwandlung gegenüber dem Mediatek-Standard ist, dass es halt hier nicht die Auswahl gibt, welche der beiden SIM-Karten-Slots für Videotelefonie und damit auch für UMTS freigeschaltet werden soll. Wie wir das eben schon gesehen haben, ist das Gerät nur auf dem SIM-1-Slot UMTS-fähig. Von daher braucht man diese Einstellung hier halt nicht. Trotzdem können wir hier sagen, mit welcher der beiden SIM-Karten wir die Internetverbindung haben wollen und für Sprachanruf und SMS auch festlegen, ob die immer über eine der beiden Karten geschehen soll oder jedes Mal nachgefragt werden soll. Also die typischen Mediatek-Einstellungen auch hier zu den einzelnen SIM-Karten können wir den Namen selber jetzt bearbeiten. Da könnte ich zum Beispiel auch Arbeit, Privat oder Netznamen oder sowas reinschreiben. Die Nummer, die hier schon eingetragen ist, könnte ich rauslöschen. Das mache ich jetzt auch einfach mal, aber die Nummer, die ist eh nicht aktiv. Also wer da jetzt versucht anzurufen, der wird wenig Erfolg damit haben. Das ist eine reine Datenkarte für mich. Ja, also die typischen Sachen der Mediatek SIM-Kartenverwaltung. Aber das ist schon eine recht komfortable, ordentliche Sache. Schauen wir mal, was es sonst noch gibt. Die Audioprofile, das ist auch eine Mediatek-typische Erweiterung. Es gibt diese vier Standardprofile, die man dann auch in den Schnelleinstellungen, ich wische hier noch mal kurz rein, auch direkt auswählen kann. Allerdings auch nur diese vier Standardprofile. Ich kann hier zwar neue Profile anlegen durch diesen Plus-Knopf, dann kann ich erst mal den Namen angeben und dann ein neues Profil einrichten. Kann das aber nicht über die Schnelleinstellungen auswählen. Zumindest üblicherweise nicht. Das allgemeine Profil und interessanterweise bei dem Gerät jetzt hier auch das eben freien Profil, kann man noch beliebig konfigurieren. Das ist mal interessant. Bei den meisten anderen Geräten ist nur das allgemeine Profil selber editierbar. Da können wir hier halt die üblichen Sachen einstellen, die ganzen Wähltastentöne. Netterweise alles ausgeschaltet. Ich mag das nicht, wenn die bei jedem Touch-Piepsen die Geräte. Klingelton können wir hier auswählen und der ist netterweise auch pro SIM-Karte auswählbar, wenn man die jetzt sinnvoller benannt hätte als in meinem Fall hier, würde das auch Sinn ergeben. Und wir machen das mal ganz kurz, um so ein bisschen reinzuhören, wie der Lautsprecher hier auch klingt. Kann man an den Klingeltönen ja schon so den ersten Eindruck bekommen. Das tönt relativ laut. Erstaunlicherweise auch, obwohl der Lautsprecher hier unten auf der Rückseite ist und ohne irgendeinen Nöppi vom Untergrund weggehalten wird. Jetzt wird das so gut wie gar nicht leiser, sondern eher im Gegenteil noch ein bisschen lauter fast, wenn man das auf eine harte Oberfläche wie hier meinen Schreibtisch auflegt. Offensichtlich ist das so ganz geschickt gemacht, dass da der Klang relativ gut reflektiert wird. Also wenn man das Gerät so auf dem Tisch liegt, hört man auf jeden Fall das Klingeln sehr gut. Kann sogar notfalls mal ein klein bisschen Musik darüber hören, auch wenn das natürlich kein toller Klang ist. Aber für ein Handy durchaus ausreichend. Und ich fand jetzt auch nicht super laut, aber laut genug für die normalen Anwendungsfälle. Wer ein extrem lautes Handy braucht, der wird hier vielleicht nicht 100% glücklich werden. Aber da gibt es nur wenige, die wirklich noch mal deutlich lauter sind. Schauen wir mal weiter, was wir in den Einstellungen noch haben. Beim Speicher gucken wir mal rein, wie der aufgeteilt ist. Offensichtlich haben wir hier alles in einer Partition drin. Also nicht unterteilt zwischen Telefonspeicher und internem Speicher, wo man dann einmal Apps und auf der anderen Seite dann die Daten reinpackt, sondern wir haben hier knapp 13 GB im Zugriff. Davon 12,72 GB jetzt frei, wo man halt beliebig Apps, Daten, also Bilder, Videos und all so ein Kram drauf speichern kann und nicht festgelegt ist, wie das jetzt aufgeteilt ist. Interessanterweise, da wollte ich jetzt gar nicht reingehen. Im Moment reagiert das System manchmal ziemlich langsam. Habt ihr vielleicht gesehen auch hier. Ich hoffe mal, dass das mehr so eine Einrichtungsgeschichte ist, dass das mit der Zeit etwas schneller wird. Interessanterweise ist in die Speicheroptionen hier nochmal ein Software-Update eingebaut. Aha, das dann über die SD-Karte eingespielt werden kann. Interessant. Ungewöhnlicher Ort für sowas. Und hier unten haben wir die SD-Karte noch mit eingeblendet. Kein USB-on-the-go in den Menüs angedeutet. Das werde ich mir im Rahmen des Tests auf jeden Fall mal anschauen, ob das vielleicht doch unterstützt wird. Das wäre sicherlich schade und dann auch der erste Nachteil, den ich gegenüber dem Vico Rainbow feststellen könnte, weil das auf jeden Fall USB-on-the-go unterstützt. Abgesehen von den Software-Veränderungen, das ist ja auch so ein bisschen Geschmackssache. So, gehen wir nochmal zurück. Schauen wir mal rein, ob bei den Display-Einstellungen noch irgendwas Besonderes auffällt. Synchronisieren, Tastensperre. Okay, das geht um die Hinterbildschirm-Hintergründe. Das machen wir mal schnell auf länger, damit ich hier nicht ständig rumtippern muss, um den Bildschirm anzuhalten. Keinerlei Besonderheiten hier drin, wie zum Beispiel BQ, die ja schon mal sehr nette Zusatzoptionen gerade in dem Bereich Display noch mit einbauen. Hier alles standardmäßig. Dann noch die eine Abschaltung nach Zeitplan, wie wir sie auch von anderen Mediatek-Geräten kennen. Ganz praktische Sache, kann man sagen, dass das Gerät sich nachts selber ausschalten und morgens wieder einschalten soll. Soweit also zu den Einstellungen. Gucken wir doch kurz nach, was so an Apps vorinstalliert ist. Wie gesagt, hier müssen wir uns über die Homescreens das alles erschließen. Hier sehen wir vor allen Dingen Standardsachen. In dem Werkzeuge-Ordner, jetzt werden wir erstmal darauf hingewiesen, wie man mit den Ordnern umgehen kann, haben wir zwar andere Symbole, als wir sie sonst so kennen, aber eigentlich ganz typische Apps. Es gibt eine Taschenlampen-App hier noch. Ganz, denke ich, einleuchtend, was das für eine Funktion hat, das Ding. Und da bin ich jetzt direkt mal neugierig und schaue mal an, was die für Einstellungen hat, kann man hier so ohne weiteres nicht sehen. Das ist dann auch wieder anders. Normalerweise erscheint ja hier oben deinstallieren, wenn man es deinstallieren kann. Hier kam jetzt der Hinweis, Systemanbindung kann man nicht deinstallieren, aber auch keine App-Infos. Normalerweise kann man auf diesem Wege, zumindest aus dem App-Draw heraus bei vielen Handys, auch auf die Einstellung zu den einzelnen Apps nochmal zugreifen. Es gibt übrigens auch hier die Möglichkeit, sich eine Übersicht über die ganzen Homescreens anzuzeigen. Das wurde eben mal kurz angedeutet. Schauen wir aber weiter, was es noch für Apps gibt. E-Mail-Videos, Google, bla bla bla, alles das Normale. Dann haben wir Facebook und Twitter und WPS Office vorinstalliert. Naja, Facebook, Twitter. Da geht man mal anscheinend davon aus, dass jeder das so braucht. Mal schauen, könnte man das denn auch deinstallieren hier? Na, ich will, dass die Decker nicht starten jetzt. Das könnte ich tatsächlich deinstallieren. Das finde ich schon mal beruhigend. Und auch bei Facebook ist das der Fall. Was vor allen Dingen in dem Sinne beruhigend ist, selbst wenn man die Apps behalten will, bedeutet das, dass die allerhöchstwahrscheinlich nicht im Systemspeicher, also in der Systempartition installiert sind, sondern in der normalen Datenpartition, wo man den Speicher zum einen durch die Installation freigeben kann, zum anderen aber auch, wenn man ein Update installiert, man nicht doppelten Speicher belegt. Wenn es nämlich in der Systempartition, die installiert sind, kann man die dort nicht updaten. Man kann trotzdem Updates fahren. Die werden dann aber in die internen, in den Datenspeicher, auf den man Zugriff hat, rein installiert. Und dadurch verliert man dann platzweise doppelt. Speicher belegen die Apps. Das ist immer der Nachteil von so vorinstallierten Sachen, wenn das nicht richtig gemacht ist, würde ich mal sagen. Also bei der Taschenlampen-App ist das so, bei den beiden hier nicht. Das ist ganz sinnvoll, weil da gibt es ja regelmäßig Updates für WPS Office dürfte ein Tool sein, um diverse Office-Dateien anzuzeigen und womöglich auch zu bearbeiten. Das müssen wir uns mal im Detail angucken. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ganz praktisch, wenn man einen PDF-Viewer vorinstalliert hat, wenn man dann mal eine E-Mail mit einem Anhang erhält, dass man da nicht erstmal noch was für runterladen muss, um sich das anzuschauen. Kann unterwegs schon mal ganz praktisch sein. Das war es auch schon. Ansonsten keine großartigen Zusatz-Sachen installiert. Leider damit auch nicht die positiven Aspekte von der Emotion UI mit vorhanden. Ich gucke hier nochmal kurz durch, ob hier noch irgendwo was durch Scrollen oder so zu finden ist. Nö. Eine Datensicherung gibt es noch. Das ist immerhin ganz nett. Also ein Backup-Programm. Das sollte auf jeden Fall noch erwähnt werden. FM-Übertragung, wie üblich die falsche Übersetzung für das Radio. FM-Transmitter hat man da, glaube ich, aus dem Englischen einfach schlecht übersetzt ins Deutsche. Niemand würde in deutschen Radio-FM-Übertragung nennen. Egal. Ja, das war es auch schon. Die Google-Apps natürlich. Standardgeschichten. Die gehören auf jedes Android-Gerät drauf. Da legt Google immer mehr Wert drauf, dass die komplette Ausstattung mit dabei ist. Und das war es dann auch wirklich. Wenn ich das richtig sehe, haben wir hier gar kein Emotion UI drauf. In den Versionsinformationen taucht das ja eben gar nicht auf. Alle Zusatzfunktionen, die Emotion UI eigentlich so ausmachen, wie zum Beispiel die verschiedenen Designs, die man drüber stülpen kann, also die Themes oder auch der Berechtigungsmanager und so ein paar andere nützliche Tools, die fehlen hier. Also offensichtlich haben wir hier ein nur optisch angepasstes Android 4.4.2 mit anderen Icons, mit einem anderen Launcher, der halt keinen App-Drawer hat und ansonsten so ein ganz kleines bisschen nach Emotion UI aussieht. Aber alles, was sonst für die Huawei-Geräte typisch ist, auch dieses kombinierte Widget, was man hier oben oft hat, das gibt es hier nicht. Das kann man jetzt gut finden oder auch schlecht finden. Ich finde es ein bisschen schade, dass das, was mir am wenigsten gefällt an dem Emotion UI, nämlich der App-Drawer-lose Launcher, den haben wir, den Rest nicht, die ganzen positiven Zusatzsachen. Aber okay, da kann man, denke ich mal, mit leben. Vor allen Dingen für den Preis ist das natürlich immer noch auf jeden Fall ein sehr attraktives Gerät. Bisher macht das, finde ich, einen ganz guten Eindruck. Ich würde sagen, wir schauen uns noch mal ganz kurz das Display an. Dafür stelle ich das jetzt mal erst mal auf die dunkelste Einstellung ein. Das ist, das sieht ganz okay aus. Und dann probieren wir mal die hellste aus. Ah, ja, das ist schön hell. Das sieht nicht übel aus. Und jetzt in der Einstellung kann man mal die Blickwinkel uns auch ein bisschen angucken. Erst mal seitlich. Das sieht schon mal richtig gut aus. Ein bisschen verblasst ist vielleicht. Das meiste, was man hier an den Effekten sieht, sind die Spiegelungen. Von unten her wird es ein ganz kleines bisschen dunkler. Ist aber auch völlig okay. Und auch über die Ecken, na gut, da haben wir jetzt hier einen deutlichen kleinen rosa Stich drin. Und über diese Ecke dürfte es dann eher türkis sein. Das ist dann immer das typische. Jo, hier auch so ein ganz leichter grünlicher türkiser Stich. Und von oben deutlich weniger. Hm, nicht sehr sonderlich geschickt herum eingebaut. Das Panel eher von unten. Die Effekte etwas stärker als von oben. Man guckt eigentlich immer viel öfters von unten auf das Display als von unten. Also ich hätte es andersrum eingebaut, wenn es irgendwie gegangen wäre. Aber schlimm ist das auf keinen Fall. Es sind nur ganz schwache Effekte. Also wenn man hier wirklich ganz flach über die linke untere Ecke guckt, dann sieht man so einen leichten Farbstich. Das macht auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Eindruck. Und so aus der Erinnerung heraus würde ich mal sagen, dass das Display eher ein Stückchen besser ist als beim Vico Rainbow. Das hatte schon doch noch etwas stärkere Farbverfälschungen, wenn man über die Ecken guckte. Ich habe leider kein Vico Rainbow hier, um das im direkten Vergleich zu testen und dann auch später zu zeigen. Ich werde aber mal versuchen, ein Rainbow, das in der Familie existiert, wenigstens für ein paar Aufnahmen mal daneben zu legen, sodass wir im Testbericht vielleicht dann doch den direkten Vergleich sehen können. Soweit jetzt erstmal für das Unboxing. Das sollte jetzt erstmal reichen, denke ich. Das Honor Holly macht auf jeden Fall auf den ersten Blick einen recht ordentlichen Eindruck. Ein bisschen schade finde ich die Hochglanzrückseite. Das ist eher im asiatischen Raum beliebt. Da kommt es natürlich auch her. Hier bei uns in Europa sind doch eigentlich die Matten und vor allem die Soft-Touch-Oberflächen, wie es zum Beispiel auch das Vico Rainbow hat, deutlich beliebter. Aber ansonsten würde ich sagen, ist der Ersteindruck wirklich gut. Es scheint ein sehr ordentliches Display verbaut zu sein. Und ich bin mal gespannt darauf, wie es sich im Alltagstest so machen wird. Das wird jetzt so zwei, drei Wochen in etwa dauern. Ich habe nämlich noch zwei andere sehr interessante Geräte aktuell im Test, die jetzt erstmal dran sind. Immer schön der Reihe nach. Das wäre zum einen das FECOM Passion. Das Unboxing ist jetzt auch schon eine gewisse Zeit her, aber da kam halt der Mobile World Congress dazwischen. Das hält natürlich auch so ein bisschen von der Testerei ab. Spannendes Gerät mit Octa-Core-CPU von Mediatek, dem Snapdragon, Dragon 615, Dual-SIM, LTE-fähig. Das Holli natürlich nur OMTS, kein LTE drin. Ganz schick gestaltetes Gerät, sehr geradlinig mit so einer Metallseite an den Seiten. Macht durchaus Spaß. Und dann habe ich jetzt vor kurzem das auf dem MWC erst vorgestellte Vico Ridge 4G. Auch für euch im Test. Auch ein LTE-fähiges Dual-SIM-Gerät. Vom Preis her liegen die beiden Geräte, die ich jetzt hier gerade noch daneben gelegt habe, natürlich ein bisschen höher. 220 Euro in etwa das Vico Ridge. Und um die 300 Euro das FECOM Passion. Dafür ja auch Octa-Core-CPU, Full-HD-Display und so weiter. Also auch eine recht ordentliche Ausstattung. Zunächst kommt das FECOM, dann das Vico Ridge und dann als drittes Gerät das Honor Holly im Testbericht. Wie gesagt, so zwei bis drei Wochen Zeit. Gebt mir bitte dafür. Bis dahin könnt ihr gerne Fragen stellen, falls ihr zu dem Gerät was Konkretes wissen wollt oder bestimmte Aspekte im Testbericht euch wichtig sind. Dann werde ich gucken, dass ich das möglichst nicht vergesse. Wobei ich mittlerweile so ein komplettes Testprogramm habe, dass da kaum etwas drin fehlen sollte, üblicherweise. Ja, soweit von meinem Unboxing des Honor Holly. International offensichtlich auch Honor 3C Lite genannt. Ich bin Klaus für Technophili. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Thumbs Up. Das tut immer gut. Ist so ein bisschen wie der Applaus im Theater. Und falls ihr die nächsten Videos, ich habe ja so ein paar Sachen, die jetzt kommen werden, vorgestellt. Falls ihr die nicht verpassen wollt, abonniert doch den Kanal oder folgt mir auf Twitter, Google Plus oder per RSS-Feed, sodass ihr dann in Zukunft nichts verpasst. Bis denn, euer Klaus. Das Klaus. Das Klaus. Das Klaus. Vielen Dank.